Ok, wir sind da im Wald, ein bisschen spazieren. Genau, es ist ein wenig scheinig heute. Und das Problem ist, diese Schuhe, diese Sohle ist einfach nicht so für Wanderer ausgelegt. Aber es ist herrlich, wunderschön. Heute sind wir in Terror gewesen, schön städtlich ein wenig ausgestorben. Und jetzt hier oben sozusagen an die Kante. Und dann zurück dann langsam. So aufpassen, dass wir nicht verlaufen. Oh, das ist schon wieder rideable. Gut, weitermachen. Hadi.